Ja, meine Damen und Herren, wir haben den letzten Pauschlag sozusagen, eröffnen wir dann auf unseren Saar und schreiben 29. Spielzeit mit diesem tollen Ensemble. Wir waren great, guys. Congratulations. Wir haben endlich wieder einen, zum allerersten Mal hier auf der Bibelstunde. Ich möchte Ihnen alle Neuerköminger ganz schnell vorstellen, wobei zwei fehlen. Und heute der eine hat noch ein anderes Engagement, das ist Reggie Jennings, unser neuer Papa und Tom Bayhiel, der neue Swing, die vielen Leiter heute Abend noch eine Woche kürzlich zu sehen sind. So, wir gratulieren zur Premiere Helen Petrofner, die Hebel, Max, Charles King, als Tügel zum ersten Mal Gerber Regen, Alex, die Hebel, die Beziej. Alex, die Hebel, du hast eine neue Reihe, die Hebel, die Hebel, die Hebel, die Hebel, die Hebel, die Hebel. Und das ist ein sehr guter Satz, ein sehr guter Satz, ein sehr guter Satz, ein sehr guter Satz, Und jetzt gleich eine Stunde, Sophie Rollis. Auf unsere Teilnein ist schon an der Grete. Willkommen zu Abigail Diaz. Das gleiche hier für unsere Produce, der Madison. Rollis gibt ganz besonders heute schon dabei, nicht mehr hier unsere Elektra, der Richard Grotter von Farz Ambrück. Ich will Ihnen noch ganz schön auf die Grete. Ich habe die Grete. Als Erste über unsere neue Brüder haben wir noch nicht dabei, aber in der letzten Zeit, die Sie auf der Führung stehen. Willkommen zu Rachel Cusino. Und wir begrüßen den neuen Song, Ladies and Gentlemen. ein Herzlichen Glückwunsch. Wir begrüßen ihn in der Grete. Du begründest ihn, dass wir uns auch immer wieder mitnehmen werden. Wenn wir endlich noch die Grete. Dann gehen Sie, wenn du wirst, wenn du nie dann mitnehmen. Ich leise dich, wenn du dann mitbekommen. Wenn du dann in der Grete, wenn du dann mitnehmen? Das letzte Wort, das wir aber nicht haben, sondern was wir an der Hand machen, da wollen wir uns sehr sehr hochladen. Sie hat vor über 30 Jahren die wahnsinnig tolle Bibliografie für diese Show entwickelt. Sie ist fast vom Anbewegung an auch hier im Boden für die Energie zuständig. The one and only Arlene Phillips ist heute Abend hier! Vielen Dank! Good to see you here! And you saw the show. What do you say about this show? What can I say about this show? I've been coming here for a long time. It's kind of getting close to 30 years. And I remember the first day I stood on this stage and I thought, How can anyone do this show? They have. They're phenomenal. I always know when I come here, because you don't even understand how difficult this show is to do. They make it look so easy. It's hard. As we say in England, it's bloody hard. They're just fabulous. Just see them again and again and again. They're worth it. Thank you. All the groups, thank you so much. Gloves for me. Thank you for the rest of the room, guys. Get there and see you at the room again. Cheers, Mr. Easton. Ciao. I'm the pictures who이랑 people are coming here. Cheers, man! Cheers. 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 Applaus Applaus